Ich möchte euch als erste Rednerin, Angelika Willem, von der IPPNW ankündigen. Was soll ich zur IPPNW sagen? Die Ärzte gegen den Atomkrieg sind seit vielen Jahren und Jahrzehnten Teil der Friedensbewegung, setzen sich dafür ein, dass Büchel endlich geschlossen wird und keine Atombassen auf deutschen Boden gelagert werden können, haben gemeinsam mit uns diese Veranstaltung hier organisiert und sind eine der Organisationen, die deutlich machen, wir brauchen nicht Geld für Militär, wir brauchen Geld für Gesundheitswesen, für Bildung und für andere sinnvolle Bereiche. Deshalb schön, dass du da bist, Angelika, du hast das Wort. Also heute entscheiden unsere Bundestagsvertreterinnen über eine massive Erhöhung des Verteidigungsetats. Und wenn diese Pläne wahr werden, hat Deutschland weltweit die dritthöchsten Militärausgaben. Wir denken, Deutschland hat nicht zu wenig Geld ausgegeben für Krieg und für Verteidigung, sondern wir haben viel zu wenig Geld ausgegeben in den vergangenen Jahren für Diplomatie, für zivile Konfliktverarbeitung, für eine sozial-ökologische Transformation, die wir dafür dringend benötigen, um die Klimakatastrophe zu bekämpfen. Für ein rasches Ende des völkerrechtswidrigen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine wird die plante Aufrüstung nicht helfen. Im Gegenteil. Andere, die neuen Waffen, wie beispielsweise der atomwaffenfähige F-35 Kampfjet, ist erst in einigen Jahren verfügbar. Das europäische Luftkampfsystem Future Combat Air System ist frühestens 2040 einsetzbar. Doch bereits die Ankündigung ihrer Beschaffung kann zu einer weiteren Eskalation im Ukraine-Krieg führen, bis hin zu einem Atomkrieg, wovor die IPPNW immer wieder warnt. Die sozialen und ökonomischen Herausforderungen in Deutschland, aber auch weltweit, sind enorm. Kriege, Klimakatastrophe, Hunger, Anämien und soziale Ungleichheiten, die drohen unsere Welt. Und sind ohne internationale Kooperation nicht zu überwinden. Wir als IPPNW denken, Gesundheit für alle Menschen und ein gesunder Planet, dafür lohnt es sich zu kämpfen. Das 100 Milliarden Paket für die Bundeswehr verschlingt nicht nur finanzielle, sondern auch natürliche Ressourcen, sowie menschliche Arbeitskraft und Kreativität, die wir doch zur Bewältigung der globalen Herausforderungen für Klimagerechtigkeit und für das Erreichen der Milleniumsziele benötigen. Das 100 Milliarden Programm als Sondervermögen per Verfassungsänderung ist undemokratisch und wirft aus unserer Sicht elementare Fragen demokratischer Grundrechte auf. Damit wird eine Militarisierung des Grundgesetzes festgeschrieben, die durch nachfolgende Generationen kaum noch zu korrigieren sein wird und die Handlungsspielräume zukünftiger Regierungen massiv einschränkt. Eine derart weitreichende Grundgesetzänderung ohne Zeit für eine demokratische gesellschaftliche Debatte ist unverhältnismächtig. Eine neue Friedensordnung in Europa kann nur durch Deeskalation, Abrüstungen und Verhandlungen erreicht werden. Eine Welt, in der jeder Staat aufrüstet und weitere Staaten nach Atomwaffen streben, ist keine sichere Welt. Deswegen lasst uns zusammen einschäten für Diplomatie, für Frieden, für Abrüstung, für eine sozial-ökologische Transformation und für soziale Gerechtigkeit. Danke euch. Liebe Angelika, vielen Dank für deine Rede.